hallo hallo zu hager games wir machen jetzt mal hier hunger games just for fun es ist gerade wochenende das letzter tag der winterferien morgen geht es wieder zur schule ich bin morgen krank ich gehe morgen zur schule ich will von meiner lehrerin die mich nicht mag prallen dass ich eine bestätigung für die völkerschule aus der brücke ab und in 30 sekunden geht's los so mein gott ich bin so aufgeregt gut wir rennen dann gleich als erstes in den wald weil da das einzige holz ist und wir sind beide boxer das heißt wir machen mit unserem normalen hieben so viel wie ein steinschwert an schaden und der counten hat begonnen ja und ich brenne aus irgendeinem grund aber kriegt keinen schaden weiß ich nicht ich ja bin ich siehst du mich ja lauf weiter auf weiter so schnell so weit weg wie es geht ich war es die map baut sich so langsam auf ja mein kompass zeigt auf dich oh mein gott töte mich nicht bitte dahinten ist dschungel da gibt es tiere da können wir uns auch ist das da vor mir oder nee das ist ein anderer scheiße hier ist noch einer komm zum dschungel wo bist du dschungel geradeaus einfach warte dann funktioniert der kompass nicht und kompass pointing at beginner holz du bist da vorbei wahrscheinlich 0 ja da bist du hallo herbeginn Mein Kompass beutet auch auf den anderen noch. Okay, lass mal in die Höhle da gehen. Sofort, ich mache... Ich habe dann ein Crafting-Tailer gemacht. Ja, lass in die Höhle rein. Dann machen wir sofort ein Schwert. Und da ist Eisen in uns. Das ist richtig gut. Hier ist auch ordentlich Eisen. Erstmal die Höhle. Sicher. Erstmal ein Schwert bauen. Ich habe für jeden von uns ein Schwert. Okay, ich mache Pick-Axe. Gut. Ich habe dir ein Schwert dahin geworfen. Ich habe dir eine Pick-Axe geworfen. Na toll, jetzt haben wir Holz verschwendet. Egal. Scheiß drauf. Stein abbauen. Ah ja, Stein. Stein abbauen, Stein abbauen. Erstmal ein Schwert. Ach, ist doch egal. Ja, für Steinspitze aber nur. Weil für Steinschwert brauchen wir ihn nicht. Wir brauchen nur Eisenschwert. Wir sind Boxer. Vergessen. Ach so, stimmt. Lol, warum haben wir uns dann ein Holzschwert gemacht? Weiß ich auch nicht, weil wir es vergessen haben. Okay, cool. Ich mache einen Ofen. Ich habe Kohle. Ich brauche eine Pick-Axe. Super. Ja, ich mache mir eben noch eine Pick-Axe und dann baue ich schon das erste Eisen ab. Hast du den Ofen? Achtung, da ist einer. Aua. Mein Gott. Wer ist der? Hilf mir. Ja, ist der. Wo ist der? Er ist tot. Ich habe den Code. Gut. Gut. Ich baue schon mal Eisen ab. Und es heißt, hilf mir. Es ist mir scheißegal. In Notsituation kann man gar keine Fehler machen. Ähm, pack schon mal die Kohle rein. Ich habe schon vier Eisen. Ich packe rein. Vier Eisen sind drin. Ich habe acht Eisen. Ich habe erst mal vier Eisen reingetan, damit wir überhaupt Eisen drin haben. Ich hole noch. Was brennt. Ja, mache ich auch sofort. Ne, wir brauchen nicht allzu viel. Das reicht eigentlich schon, aber wir brauchen Essen. Master, du, wurde getötet. Nein, Master, du. Ich gehe tiefer in die Hülle rein. Das ist mir ein Eis. Nein, kein Monster. Ich hasse Monster. Letztens wurde ich von einem Monster getötet. Oh, das ist schlecht. Ich habe mir mal zwei Eisen rausgenommen. Für ein Schwert. Machen wir auch noch ein Schwert. Gut. Wo bist du, scheiß Monster? Ähm. Wo bist du? Ich komme wieder hoch. Ah, da bist du. Ich habe es hier auf den Weg geworfen. Danke. Wir sollten aber bei dem Ofen bleiben. Wir sollten uns vor allen Dingen von hier verpissen und weiter weggehen. Ja, gleich, wenn das Eisen gebrannt hat. Hast du noch mehr Steinwattung, damit es schneller geht? Ich habe nur noch drei Steine. Ja, für einen Ofen sollte das reichen. Jetzt habe ich acht Steine. Ich mache eben einen Ofen. Ich habe schon einen. Dann mach noch einen. Ja, bin dabei. Okay. 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 Gut, der feuert auch schon. Wir brauchen noch Kohle. Und Essen. Da hinten war noch was. Da ist Kohle. Ich gehe ein bisschen raus und gucke, ob ich... Ah, hier ist auch noch Kohle. Ich gehe ein bisschen raus gleich und gucke, ob ich hier was zu essen finde. Mhm. Boah, haben wir noch mehr Kohle in einem Ofen? Nö, wieso? Ich habe jetzt einfach Kohle noch nachgelegt, weil ich gerade noch einen hatte. Ich suche mal nach Tieren. Okay. Von uns hat jetzt jeder einen Beinenschutz schon mal. Super. Ich habe ein Schaf gefunden, das kann man leider nicht essen. Ja, das ist kacke. Das ist zwar unlogisch, aber kacke. Ja. Ist hier noch irgendwo Eisen? Ich denke, hier ist kein Essen mehr. Dann gehe ich noch weiter runter. Ja, hallo Creeper. Ich finde kein Essen. Nein, mach nicht rum. Oh Gott. Hast du viel Leben verloren? Nein, es hat mir nichts abgezogen. Trotzdem. Ja. Könnte jemand gehört haben. Hat bestimmt jemand gehört. Alter, wie viele drauf gehen. Was bedeutet 4-E-Fight? Dass du zu lange weg warst. Achso. Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur auch 2,5. Ja. Und ich finde kein Essen. Sumpf. Ja, schnell. Player, Player, zwei Stück. Zwei Player. Ich kann nicht wegrennen. Ja, ich bin tot. Dann habe ich jetzt ganz schön viel Eisen. Die hatten beide Holzschwerter und die haben jetzt ein Eisenschwert und die haben mich irgendwie vergiftet. Also, pass auf. Warum sterbe ich immer zuerst? Scheiße. Stimmt doch gar nicht. Ich bin zuerst verstorben. So, warum lebe ich immer länger? Wahrscheinlich war ich ein... Oh, wer läuft hier? Geh bloß weg. Ich habe nicht viel Leben. Sie bringen dich um. Mein Gott. Ich habe eine volle Eisenrüstung. Okay. Ich hatte gar keine Rüstung. Die haben auch keine Rüstung, aber die haben mich irgendwie vergiftet und die waren zu zweit mit Holzschwertern oder so. Keine Chance. Oh, ganz viele Spieler. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Warum sind hier so viele Spieler? Sag mir, wenn du tot bist, ich suche uns schon mal einen neuen Server. Ja. Ich renne in die Höhle. Nein, geht nicht. Kämpfe einfach. Versuche abzuhauen. Ich bin kämpfend gestorben, also probiere es. Das ist das einzig Wahre. War Steiner. Ich höre eine Fledermaus. Kann man die essen? Nein. Die bringt nicht mal IP, wenn man die tötet. Die sind einfach nur nervig. Wenn du dich beeilst, können wir doch in den F1-Server rein. Ich lebe noch. Oh, so. Da ist der Dschungel, ich gehe jetzt in den Dschungel. Viel Spaß. Ich habe nur noch ein Herz. Du bist tot. Also, ein Essen meine ich. Oh, so. Hörerfragen hast du gleich. Das hört aber auf. Viel Spaß dabei. Ich will nicht haben, Hunger, Tod, sterben. Oh, ich bin eine Spinne. Kann man die essen? Äh, nee. Spinnen essen nur dich. Lass dich von der Spinne hochbringen. Ich kriege gerade Schaden und hier war einer. Wenn der was zu essen hat, dann schaffe er es nicht schlecht für dich. Kuh, 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 Kuh. Mehr. Hab ich was zu essen? Oh, drei Stück. Einer Kuh. Gibt das gut? Oh, komm schon. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Schnell! What the fuck? Was denn? Ich war gerade am Essen und bin gestorben. Uran. Angetod. Okay, das war's dann mit der Aufnahme. Gut, dann pausieren wir eben die Aufnahme. Bis gleich, wir suchen uns eben einen neuen Server.